Super-Woll-Runde Hallo! Hella! Diesmal ficken wir alle So, wir müssen diesmal mehr mit den Reflektor spielen Okay, machen wir Das heißt, die wird ordentlich passen, damit ich reflektieren kann Gehst ins Tor? Ja, ich bin für dich gekemen Oh, das war der da drin, oder? Na Reflektor, Reflektor, hast du gesehen? Himm hier! Ich bin jetzt wieder beim Tor Oh fuck! Das war falsche Taste, sorry, ich muss dann wieder reinkommen Ich bin jetzt schon wieder beim Tor Habe ich hab mich auch schon, oder was? Ich soll dich absprechen ein bisschen Ihr müsst nicht K.O. Das geht am Ende noch auf Tor aus, Leute Hier, Johnny Ja, wir machen wir ein Tor geschlossen und gehen ins Tor Das ist die internationale Regel Ah shit Ich bleib hier Sie ist das Was hat das denn? Ich wollte reflekten Ei Alter, ich hab gerade zwei Glanzfahrern gemacht Ah! Fantastisch, schön getötet Ich laufe Hält die Kasten hier total sauber Ich mach selber den Pass Oh, der war so Schade, war klaus Ein Lucky Lauf, Lauf, Lauf Schöner Lob war hier rüber Reflektor, ich reflect hier rüber Stark, stark Ich laufe Ich laufe Oh Komm zurück Oh Schönes Ding 1-0, Junge 1-0, ich zähle jetzt einfach her Lass mich noch den Abschluss machen Max, willst du raus? Gerne Oh, ja Zack, Junge Direkt auf die Schnauze Oh, schrabbig Schön, Kutscher Schau mal, müssen wir das Ding oben Da geh ich ran Was war das denn? Was? Ja, war ausgetriegt Hier, hier, hier Rüben Schön, du geh mal auf jetzt Ihr verpiss dich da, Sola Hey Alter, der arme Anlacki liegt drauf Leute, der liegt Zack Oh, die jetzt haben wir Starkes Ding Das ist ja ein sehr brachiales Gameplay auf jeden Fall Zack Max kommst nach hinten? Junge, hör doch mal auf Max Junge, der tut weh Hier, rechts Rechts, rechts Alter, was ist mit Henno los, Alter? Ja, zu Du? Ja, ich bin nicht komplett Nach oben, nach oben Ich reflitiere Na, halt dein Maul Scheiße Ich laufe Kiki Leute, ich stehe einfach auf dem Tor drauf Ich stehe auf dem Tor Schön Zack Hab ihn Oh, ab, 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 ab Oh, pass auf, drauf Wo ist das Ding? Zack Oh, was? Wie schnell werde ich den dem ausgenommen? Links, links, links Hier liegt keiner rein Der hat mal ein bisschen mehr mit Pass spielen So ein paar Tricks Double Pass, Triple Pass Sehe ich mich, sehe ich mich Irgendwie Spiel hinten Spiel hinten Spiel da hinten Spiel da hinten Hab ich Alter, wenn das ein Tor Ich habe nur 5 VP, Alter Hä? Wo kam der denn nicht an? Weiß ich nicht Tim, spiel Oh, Jungs, lass mich die alleine Jetzt der Pass Und Jetzt blockt, zack Oh, was? Was ist los, ey? Schade Was war das denn? Die Torschau ist so kackt Scheiß, Alter 3-0, ne? Ich habe gesehen, wo der Kutscher stand Das war ja Ja, kann ich auch nicht spaß Ja, warte mal Jetzt können wir mal den Ball hier 3-1, Jungs Er reicht doch mal wieder Oh, ja Den mach ich aus, Jungs, zack Oh, was für den Pass Oh, das mach ich Oh, schön geblockt Da macht die Kippen Hey, hey, hey Kommt Tim Oh, was? Nee Keine Ahnung Wer hat den denn? Oh, Jungs Die ganze Zeit nur am Wegknocken hier Ja Alter 4-1, Junge 4-1 Ich bin Torjäger Pass auf Hin Kist Da musst du Deflektor gedrückt halten, Johnny Nee, Deflektor ist jetzt Keeper erscheint Na ja Na vorne, Junge, nach vorne Hä? Nein Sei doch nicht so greedy Junge, ich mach dir ein nach anderen Nein Da hast du richtig wenig range, haben sie gesagt Ja Wir haben extra gesagt, dass man es nicht machen soll Ja Okay Pass auf, Kutcher Warum hab ich den nicht? Ich steh doch drauf Ich bin geschnitten, war wer Hey, das heißt, du musst jetzt schon mal rechtsklicken machen, oder was? Hier, Junge, zeig, rechtsklicken, ist besser das? Ich bin die Linie, ich bin die Linie Und da oben, ihr trifft den, Junge Ich hab die Oh, die ist komplett geheimt, der Junge Ich hab die Zona, komm hier, doppelt Ich hab die Oh, Alter, das ist jetzt 3, der 3 Das ist jetzt 3 Jawoll Das ist jetzt 3 Jawoll Jawoll Eier, Mannert Dreck, er passt da vorne Dreck, er passt da vorne Dreck, 5 Oh Oh Schade Ich werd immer gewonnen, das ist hier Zack Den hab ich Oh, nochmal Ich hab mich weggeprügelt Den hab ich nochmal Alter, dieses wegprügeln, ey Auf geht's, auf geht's Sorry, Kevin, da hätte ich passen sollen, war meiner Der muss jetzt drin sein, ey Oh, shit Da wolltest du es zu schön machen Doppelpass Ja Erstmal hier Hast du, hast du, hast du Spiel alle Hier Oh, schade Doppelpass Doppelpass Spiel alle Linie erst Romans zeit Alter Deine Mama Ah, nee Abgefehnt Oh, schade, Sola Da wolltest du sie anschnippeln der kommt Kuchen Schaden Du hast den Ja, der kommt, er kommt, er kommt Den habe ich ganz riesen. Sola, nicht paniken. Ich habe nicht mal gesehen, dass ich ballast. Okay, Max, zieh durch. Schön ist der Schlüffler. Ich bin ein bisschen taktisch gegen mir. Ich gehe. Hoch und weit, Kevin. Hoch und weit. Rückpass, rückpass, rückpass. Ich konnte nicht an Hellow vorbeischießen. Weil ich ein Tier bin. Da musst du aufpassen. Der schießt schon wieder. Der schießt schon. Der ist auch krass. Der kommt, der kommt. Den habe ich. Den habe ich gar kein Problem. So ist die Stil doch. Was schreibt denn jetzt? Ich schreib's mal, Tom. Ich schreib's mal. Ich schreib's mal. Hab' ich kaputt, ihr. Hab' ich. Hab' ich kein Problem. Oh shit, der ist ja viel zu einfach. ich weiß nicht was machst du ich weiß es nicht er kommt wirklich sicher ich werde einfach umgenutzt die ganze zeit hier schade schade hast du noch mal ich hab missklickt lang rüber klar ich sehe dich doch wunderschönes zusammenspiel nur schon wieder vergessen wie steht ich habe 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 ich schon mit 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 ich stehe das ist der torwart der liebe rohjoni warte mal ne tor schütze geht ins tor hat irgendwie nicht geklappt ja du hast schon so viele minustreffer abdich ich sehe dich doch hat johnny hat johnny hat die steht frischig für defekte junge 0 ich habe aus der map geschossen hast du waren defekten mittleren muss er mir ein bisschen rückenfragen die dreiheiten hier dauerfeuer alle inseln genockt hab ich den beiverteiler kommt 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 oh mein gosch bisschen ist gut zack links was ist das der ist frei spielabgeg jubel anderer seite ach schade ich weiß nicht wo bin ich johnny hat den zack und er passt nach vorne noch mal hier hier er ist nicht dreht oder doch er ist die stunde oder angetäuscht hier junge jetzt noch mal da hin noch mal da hin mach mal ruhig mach mal ruhig schade schade oh was ist das für ein ding hab ich rechts 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 da komm ich raus ich verliere mal den ball wenn ich tickle ja ich auch wenn ich tickle werde der nächste kommt über die bande wir kochen auch noch mit wasser leute oh shit der kevin ist heiß jetzt aber jetzt aber dem hasse schmier ich hätte vielleicht nicht sagen sollen danach waren die irgendwie heiß aufs opferen bis zum sechzehntau nicht weiter leute nicht nervös werden hau ihn hau ihn ich bin hinten hier noch mal hinten schönes ding komm ich hab dich geschmiert ich hab dich geschmiert oben 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 er kommt er kommt hoffentlich ihr müsst aber ruhig über hinten spielen so und jetzt ruhig mal ein bisschen Zeit lassen leute jungenblut komm mal nach hinten zack kevin ihr seid zu hektisch die jungen schwunden hier wieder oh da ist er ganz frei hier vorne oh was hat das der kommt doch der Bass war koniektet der Bass war koniektet ja hier hab ich hab ich hab ich safe 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 bin hier ganz frei weggecatcht du noch mal hinten noch mal hinten der kommt zu kevin oh ne was machst du das nein da wollte ich einfach zu viel okay jetzt einfach ruhig ich reflektiere komm ich spiel mal richtig gerade ich spiel auf Zeit als ob er führt 100-0 ah okay wir kommen nach vorne oh falsche ecke man der henn oder der ja ich hab angezogen oh nice soll ich mal wieder in den kasten wir haben nur noch 15 Sekunden was du hast gehabt klar zack der Sola bitte oh Juge der Sola oh da sehe ich dich oh Kevin oh Juge der Sola der Sola ist das ein schönes Ding oh man den hab ich ich stehe ich stehe hier links ich stehe ich stehe oh Tim lauf lauf das Steiner die mach alleine die mach lockern das schönes Ding Johnny die andere Seite andere Seite ich pass ich pass wir kämen auch noch kein Problem jetzt oben jetzt oben vier Sekunden noch mach ihn na letztes Tor entscheidet hab ich jawoll der war durch der war durch wer das immer eine Sekunde vor Schluss sagt da war er drin am Ende das war eine neue Runde Junge schreibt gerne in die Kommentare wer gewonnen hat ja ich würde es auch gerne wissen ich auch ich würde mich interessieren wer die meisten Tore gemacht hat für sie